hier ist auch nichts gekennzeichnet weißt du sonst alles voller dieser komischen zeichnung und hier nicht mal ein hinweis für die nase das ist noch irgendwie merkwürdiger ich lass es jetzt erst mal sein guck mal hier weißt du da dafür dafür aber hier schwein nase hallo schwein nase vielleicht sehe ich die ja von woanders die muss genau hier eigentlich sein ich kann von hier nichts sehen ist doch scheiße ist das ein mist okay auf zu fließen junge ok also da unten kann ich hin und da könnte eine schweine nase sein so wie ein haus und ein geschenkkorb ich verstehe gehen wir mal nach der unten aha so schweine nase war direkt unter uns wie vermutet cool sehr sehr cool mal auf hier zack und hier das ist sehr nett ich glaube das ist unsere schwester und man würde durchaus mehr verstehen wenn man nicht so krass darauf wäre wie ich und den ersten teil gespielt das sage ich mal so aber oh nein und tschüss vielleicht kommt er ja noch entschuldigt habe ich kurz was getrunken und ich glaube man hört das weil ich immer nicht weiß auf welchem knopf ich mir die mute taste gelegt habe fürs mikrofon ich habe mir das mal irgendwann aufgeschrieben dann hat man nicht funktioniert habe ich gesagt da scheiße drauf das was ich jetzt hoffe ist dass ich tatsächlich auch von auf aufnahme starten gedrückt habe wäre dumm wenn nicht so und hierauf 9 hätte mal leicht leicht entspannt mädel was ist denn los man aber hier kann man rad drehen ich glaube wir sollen da oben weiter aber da wird uns noch was angezeigt aber da wird uns noch was angezeigt dann auf geht's wieder so bisschen krämpel die guten alten hier zack komm her zack geht doch das problem ist halt man muss da echt im richtigen moment abhauen das ist gar nicht so einfach was sind aus stein ein backsteinhaus ist genau wie gibraltar immun gegen feuer witterung und sogar gegen unanständige berber falls es nötig ist ich würde gerne wissen was berberaffen sind berberaffen so und ok auf geht's ab geht's hier kommen und landen und aufschlitzen und 10 einsammeln das war knapp ich höre doch hier schon wieder jemanden schnieven wo ist denn jetzt schon wieder die schweine nase alter da wird mir das angezeigt warum nicht die schweine nase ah weil sie da hängt oh geil noch gerade so geschafft war knapp nice so jo perfekt und einsammeln ok 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 so ich mag natürlich plattformen wie jeder andere auch aber irgendwie muss ich sagen sah das level zuvor besser aus vielleicht liegt es einfach an alten fabriken weil da nicht so viel geiler scheiß zu machen ist kann natürlich sein das geschirr ich dachte gerade liegt die unterwäsche rum zack das wäre irgendwie iklaft und ab in die nase hier mit dem pfeffer bäm tschüss so wo bringst du mich hin ok gehen wir hier rein ey gehen wir da rein wer baut eigentlich diese ganzen schlüsselöcher überall hin oder sind die einfach so wunder das wunderland generiert scheiße ähm kein scheiß so ich trinke mal was ein introvertiertes und einsames kind vermutlich ihre schwester obwohl liebevoll war zu alt um spielkameradin zu sein oh man oh das ist übel also das was ich aus dem von dem was ich gesehen habe im ersten teil erleben konnte war dass man tatsächlich irgendwie verantwortlich ist für den Tod der Familie so erstmal kurz hier rüber geht doch bam und wieder looten gebt mir eure zähne ich bin die zahnfee wenn zähne genommen werden hier als zahlungsmethode ist die zahnfee vielleicht der waffenhersteller ja augenpott wie geil ekelhaft ist der denn alter der krepelt oh der sucht beef oh immer ins auge mann immer ins auge bei einäugigen oh da musst du aufpassen aha aha ja was hast du jetzt vor dem pot wie wärs mit sterben hier komm mal für das auge alter für die alte für das auge mann da kam er nicht klar mit pfeffer im auge was ja findet er ekelhaft verarmt entschuldigung junge aber du hast nicht anders verdient ich glaube ich bin gerade seinem auge hinterher gelaufen okay man möchte natürlich alter was ist denn jetzt müssen wir kurz warten bis der cooldown ist hoppla so warten ab gehts hier ach kack da das ist schon nicht einfach hier mit dem kampfsystem das muss man mal sagen das ist tatsächlich sehr fordernd zack und komm das ist gar nicht so leicht hier da ist es alter haben die auch viel energie mann zack zack auch wenn der slide move ganz geil ist alter ist das anstrengend das ist alter scheiß dreck da ist das auge zerquetscht Möchtest du vorfahren? Ja, natürlich möchte ich fortfahren. Was ist das für eine Frage? Ha! Und ich dachte so nach Dark Souls. Also Dark Souls läuft ja noch, aber ich dachte so, weißt du, Dark Souls... Okay, es hat kurz. Besser. Kannst was anderes machen, weißt du, was dann vielleicht nicht so forderlich ist, aber ich kann es vergessen. Ah, wir können es nichts von beiden leisten. Das ist noch viel schlimmer. Oh, fuck. Alter. Okay. Na, komm. Na, komm. Alter, da musst du echt... Alter, Mann. Fuck. Fuck, fuck. Okay. Okay. Ich glaube, das ist doch einfacher, als ich mir das gerade ausgedacht habe. So, wir springen wir fix. Okay, so. Okay, jetzt dampft er hier ein bisschen rum. Alles klar, geht doch. Alles klar, geht doch. Gut. Da habe ich mich bloß einfach zu glatt angestellt. Dann guck mal, da ist ein Auge. So, äh, hier drehen wir. Außerdem... 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 Ah, 5 von der Formation zählt. Okay, zack. So, ich bin natürlich leiser, weil ich mich konzentrieren muss. So. Piu. Alter. Fundbüro. Was auch da immer gefunden wird. So, hier hätte ich wohl hingehen können, um den ganzen Kampf ein bisschen auszuweiten. Aber habe ich natürlich nicht gebraucht. Weil ich so oberlässig und cool drauf bin. Zucker. Auf jeden Fall sieht es aus, als steht er, ist Zucker. Fundbüro. Da ist gut, alter Fundbüro. Er ist zeitbesessen, finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Das ist cool. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Okay, das war's mit der Katze. Aber sehr geil, dass sie hier angezeigt wird. Also, dass auch angezeigt wird, wo du sie rufen kannst. Gefällt mir. Okay. Ist da hier ein Schalter? Jo. Oh, das war knapp. Aber leicht für uns, so. Okay, da lang. Da ist das Katzenkopfding. Okay, jetzt nichts auf.